Zur zweiten Disziplin, hier steht es drauf, Morning Show, Gladiators, Jepsen gegen Walsch, Tischtennis haben wir schon gespielt, also wie ist das ausgegangen? 3-2 für Thomas Walsch. Yes, 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 und wir kommen jetzt zur zweiten Disziplin. Das, bist du jetzt fertig mit deinem Dosen? Willst du anfangen oder soll ich anfangen? Fahr ruhig an, Mann. So, was mich jetzt ein bisschen irritiert, ist diese Kamera, die hier durch dieses Torwandloch guckt. Dürfen wir, ja, machen. Okay, pass auf, jeder hat drei Schuss und ich fang unten rechts an, also ich ziele jetzt sozusagen auf den Kameramann. So, das war's. Das war's wirklich. Das heißt, die zweite Disziplin. Zweite Disziplin, 1-0 für Thomas Walsch. Ja, machen wir. Jingle, los. Wer arbeitet als was? Thomas Walsch, also, so. Ihr Name war? Juliane. Juliane. Ja, ich hab auch einmal getroffen, und zwar dichter ans Gelbe. Na ja, 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 ja. Das war bestimmt. Und das zählt drei Punkte, damit steht's Gleichstand. Ich glaub, da hat er recht. Es steht 2-1 für mich jetzt, nach drei Disziplinen würde ich sagen. Ist das okay, Ken? Ist das okay. Ich bin gerade mal so durchkommen. Weißt du, solange der Pfeil in der Hand hat, sollte man ihm jeden Wunsch erfüllen. Ja, 2-1 für Ken Jebsen, also nach der dritten Disziplin. Wie wollen wir denn jetzt weiter machen? Das ist ja auch. Untertitelung des ZDF, 2020